Hallihallo und willkommen zurück in Vienwaldsruhe. So, ich dachte ich mache diesmal eine Creative Folge, da hier noch so ein C hinkommt. Eigentlich wollte ich das ohnehin schon im Offscreen machen, aber da habe ich gedacht, das kann ich auch in einer Creative Folge draus machen. Das Bauhaus für die Tiere werde ich dann im Anschluss, also wenn der See fertig ist, sehe ich dann, wie viel Platz noch übrig ist, entweder kommen Tiere hier hin oder auch hier hin, so ein wenig hier hin, sehen wir dann. Also jetzt nicht sehr rund, okay, runde Sachen in Minecraft zu machen. Ich sehe ziemlich schwierig. Ja, das sieht schon besser aus. Und hier auch ein wenig die Seite. Ich bin industriell und die Seite in der nächsten destruction, in der Nähe me tortured sind relay in Minecraft. Genau dann haben wir viele drei vaif tun tun. 不好! Diese Tür mache ich vor wie viel Boden, Es macht es dir schon不好. Aber ich mache daran vollkommen mehr. So war's mirografie mit deinem Offscreen Lewicki. Sicher architecture Kasten hat bei mir schon mal rein. Na ja, ich glaube hier noch ein wenig nach außen. Sieht auch wie ein klar gepresstes Eier aus. Ähm. Kommt mir vor, es wird eh mal schlimmer irgendwie. Ähm. Ich lasse es mal so. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, wieder so ein hässlicher hoch. Hm, irgendwie vorhin. von der Form her. Ja, ich lasse es nochmal so. Ich denke es könnte fast noch gut hin, diese Kirschbäume. Ich zeige es mal, 8 Pärchen, schauen wie es aus ist. sieht sie ist schon recht gemütlich aus vielleicht noch eben nein ich glaube ja hier drin im wasser kann besser glaube keine beleuchtung machen also mal schauen wir nicht das ist das ist genau Ich denke mal, so kann man es lassen. Ich denke, hier werde ich mal noch mal mal ziehen. Das ist ziemlich eng noch. Ich denke mal, so kann man es lassen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020